Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call. Und dieses Schild, das zeigt das gesamte Problem unserer Gesellschaft. Freiwillig 30 in diesem Fall. Da würde fast jeder sagen, mach ich doch. Hat in den letzten 30 Jahren nicht geklappt. Jetzt müssen wir bei allem freiwillig weniger. Und wir leben ja in einem System, wo es heißt, jeder kann so viel, wie er will. Das ist das so Verrückte. Wenn wir das retten wollen, dann müssen wir uns zurückhalten. Und deshalb hält sich Bauer Call diese Woche mit die Schelte für Corona und Politik zurück. Ich will das diese Woche nicht. Das steht mir bis hierher. Also freiwillig weniger. Freuen wir uns auf die nächste Woche. Und denken wir nach dem heißen Sommer jetzt mal wieder an unsere liebe Verwandtschaft. Und da gibt es ja eine schöne Möglichkeit. Schreibt mir doch mal eine WhatsApp oder ruft mich an auf meine Handynummer 0173 583 1382. Ja, wir können das nochmal unten reinschreiben. Und dann grüße ich mal eure Verwandten und Bekannten. Die Rosi, die hat mit dem Dieter eine goldene Hochzeit. Und der Karl-Heinz wird 65. Und da ist auch noch hier die andere, wo jetzt die Jugendweihe nachgeholt wird. Wie heißt sie noch nochmal? Chantal! Leute, denken wir ein bisschen mehr aneinander. Seien wir nett zueinander. Vielleicht schlägt das ja durch auf die Politik. Weil ich habe gehört, die meisten verrückten Politiker kommen vom Volk in die Politik. Ich habe noch nicht gehört, dass einer von der Politik wieder ins Volk kommt. Wer einmal da oben war, ist verloren. Schönes Wochenende! Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.